Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu Theatertruppe Event Erklärt. Und zwar geht es dabei um das Event Theatertruppe auf den Inseln von Dornen. Das beginnt auch jetzt schon gleich sofort und man kann hier auch eine Quest für annehmen und zwar das große Debüt. Das gibt euch 500 Ruf beim Rat von Dornogal und dieses Event ist letztendlich sehr sehr wichtig, nämlich sobald das Spiel dann am 27. bzw. wenn alles nach Planen verläuft am 28. August live geht, weil aktuell haben wir den Early Access und ich glaube viele sind aktuell verwirrt und denken sich, warum wird es nicht abgeschlossen? Nun, es zeigt zwar hier an, es gibt eine wöchentliche Belohnung und so, man könnte meinen, dass es verbuggt, aber ich glaube, ich gehe davon aus, dass es aktuell nicht zugänglich ist, nicht spielbar ist im Early Access. Dementsprechend bekommt man die wöchentliche Belohnung auch nicht. Ich gehe wie gesagt davon aus, dass man das Ganze dann erst spielen kann bei uns in Europa am 28. August nach dem wöchentlichen Reset, sollte das freigeschaltet sein. Das habt ihr ja zumindest so gesagt vorher, bevor sie Warwif in Early Access rausgehauen haben. Es kann auch sein, dass das Event schon irgendwie geht am 27. August zum offiziellen Release, aber ja, muss man nochmal schauen. Ansonsten gehen wir jetzt rein und ich will euch einfach erklären, wie das funktioniert. Jetzt hier sprecht mit der Hubertar, das machen wir zuerst. Das Theater beginnen, besiegt so viele Gorlogs wie möglich. Da müsst ihr jetzt im Prinzip immer wieder den Sachen hinterherlaufen, die hier auf der Karte so in einem goldenen Kreis angezeigt werden. Und das macht ihr jetzt so, joa, paar Minuten immer wieder. Und warum macht man das? Einfach um die Leiste hier zu füllen, damit die Belohnung krasser ausfällt am Ende. Aber wie schon gesagt, das ist aktuell im Early Access alles wahrscheinlich nicht möglich. Ich hab's schon einmal jetzt probiert und abgeschlossen im Early Access. Ich hab aber nichts bekommen. Ich hab gelesen, es wäre verbuggt. Also die Spieler, die schreiben ja an der Seite, es verbuggt, es verbuggt, es verbuggt. Aber ich glaub nicht, dass verbuggt ist. Es ist einfach gerade dann doch das sogenannte Time-Gating, was ich euch auch erwähnt habe, dass das Ganze wohl nicht funktioniert. Und das ist natürlich schade. Aber ich will euch trotzdem das Event schon mal erklären, damit ihr wisst, was ihr hier machen müsst und wie das Ganze funktioniert. Also jetzt einfach im Prinzip hier die ganze Zeit so viele Gorlogs wie möglich hier besiegen. In dem Bereich, weil dieser Bereich, sobald ich jetzt hier einen töte, bekomme ich immer Zustimmung des Publikums. Und wenn man irgendwo anderes was macht, dann bekommt man halt keine Zustimmung des Publikums. Und dann bekommt man hier auch keine Zahlen, damit die Belohnung krasser und größer ausfällt. Und ja, das machen wir jetzt auf einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, als nächstes sollen wir jetzt beispielsweise hier mit dem Zwergen was machen und zwar mit ihm trainieren. Okay. Und ja, als Magier ist immer ein bisschen schwierig so am Anfang eine Erweiterung, aber geht schon. Den tötet man dann einfach. Beziehungsweise hat ihn besiegt im Kampf. Und dann ist das auch fertig. Und man fliegt halt immer wieder auf der Minikarte die goldene Punkte an, um halt hier dementsprechend seine Belohnung höher und besser zu gestalten. So, dann als nächstes sollen wir Funguiana töten. Also Pilz-Typis. Und das machen wir einfach alles. Und irgendwann wird halt die Zeit ablaufen und hat halt nur so viel Zeit, wie es hier steht. Und dann geht es weiter im Event. Ihr könnt alternativ auch eure Minikarte öffnen. Dann seht ihr auch eigentlich meistens immer den goldenen Punkt auf der Minikarte. Ist aber genau dasselbe. Ihr könnt es so oder so sehen, wo ihr hin müsst. Und jetzt zum Beispiel hier Waldkulisse gemalt. Einfach ein bisschen rechts klicken und ein bisschen was malen. Wunderbar. So, als nächstes dann beispielsweise hier Vogel verscheuchen. Da muss man in die einfach reinlaufen, um das quasi auszulösen. Das ist auch schnell gemacht. Wunderbar. Als nächstes müssen wir Tickets verteilen. Dazu fliegen wir hier hoch und machen auf die Zwerge Rechtsklick. Ihr könnt auch einen einfach hinten in der Warteschlange ein Ticket geben. Der muss nicht vorne stehen. Ist egal. Einfach alle anklicken mit Rechtsklick. Oder wenn ihr es euch noch leichter machen wollt, könnt ihr natürlich auch in Option gehen. Interaktionstaste aktivieren und dann da mit Ziel interagieren einen Hotkey belegen. Jetzt wieder besiegt so viele Görlogs wie möglich. Gut, das kennen wir schon. Deswegen skippen wir das mal schnell. Oder beziehungsweise ich cutte das für euch, dass das Video nicht allzu lange geht. So, dann haben wir jetzt hier Rahmenrequisiten gemalt. Okay. Das ist wieder leicht gemacht. Einfach fünfmal rechtsklicken oder eure Interaktionstaste benutzen. Wundervoll. Sehr schön. Und dann sollen wir jetzt als nächstes unansehnliche Wurzeln entfernen. Die liegen einfach hier auf dem Weg rum. Musste anklicken und dann weg von denen laufen, um die zu entfernen. Ich weiß gar nicht, geht auch Blinzeln? Okay, man kann sogar auch ein bisschen schummeln als Magie, wenn man Blinzeln hat. Funktioniert auch Blinzeln. Manchmal funktioniert das bei diesen Events manchmal nicht. Muss man mal schauen und testen. Aber hier geht es. Jetzt haben wir noch zehn Sekunden. Schaffen wir noch das eine Event. Uh, okay. Bisschen gefehlt mit dem Anklicken. Oh mein Gott. Das wird knapp. Wir haben es aber noch geschafft, glaube ich. So. Dann. Und Auftritt haben wir jetzt. Hauptbühne betreten. Dazu einfach hier drauf gehen. Die Kiste plündern. Jetzt seid ihr ein irdener Zwerg. Jetzt müsst ihr kurz warten, bis es weiter geht. Weil das hat hier manchmal ein bisschen Delay, ein bisschen Verzögerung. Aber sonst ist hier nicht viel los. Jetzt einfach warten. Jetzt bereitet euch auf eure große Abenteuerreise zum Herzen von Azeroth vor. Akt 1, der Ruf des Sonnenvogels. Jetzt, ähm, sammeln. Ja, muss man einfach hier wieder ein paar Sachen anklicken. Das ist nichts Besonderes. Man hat halt immer auch so ein bisschen Variationen. Also es ist nicht immer das Gleiche, was man hier machen muss. Aber, ähm, ja, ist relativ chillig. Dann teilweise muss man hier auch einen Extra-Action-Button drücken. Den am besten auch auf dem Hotkey packen bei mir bei Shift-D. Um das einfach ein bisschen angenehmer zu machen und nicht so viel klicken zu müssen. Aber, ja, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt nicht hier irgendwas Spezielles machen. Ihr könnt auch einfach die ganze Tätigkeit die ganze Zeit machen. Jetzt schützt die Abenteuergrube vor Kobolden. Aber die Kobolde, die hier töten, wunderbar. Sehr schön. Da kommen ein paar Stück. Mit jeder Welle ein bisschen mehr. Ist alles nicht großartig schwierig. Ist eigentlich auch selbsterklärend. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere neue WoW. Und ein bisschen verwirrt. Und dann hilft euch dieses Video hier hoffentlich und sicherlich weiter. So, dann töten wir die Kollegen mal alle hier. Und schützen die Abenteuergruppe. Der ördenden Zwerge. Die hier in der Mitte stehen. Bleibt in der Nähe des Lichts, sonst wird die Dunkelheit von Heilsturz euch verschlingen. Ja, da müsst ihr jetzt einfach den Kreis hinterher laufen. Okay. Wenn man Kreis verschwindet, auch nicht so schlimm. Einfach immer schön im Kreis bleiben. So, hier schnell zündet die Fackel wieder an. Okay. Weiß nicht genau, was er damit meint. Aber einfach in den Kreisen mitlaufen. Und dann ist gut. Dann bekommt ihr auch Plus-Eins-Zustimmung des Publikums, wenn ihr gut mitlauft. Aber zum Beispiel als Mesh ist es ein bisschen schwierig, da mitzuhalten, weil man so wenig Bewegungsgeschwindigkeit hat. Ah, er geht raus aus dem Ring. Da machst nix. Da musst du möglichst früh die Richtung ändern. Und antizipieren, wo die hinlaufen. Oder dann einfach woanders mitlaufen. Und dann bekämpft die Neruba von Ashka-Hat. Und geht auf einen Feuer aus Ruhmesglanz auf. Da sollen wir einfach jetzt heldenhaft sterben, indem wir unseren Extra-Action-Button Zappelndrücken. Bei mir der Shift-D. Einfach quasi totstellen von Jägern. Und das ist auch schon das Finale. Und ihr seht, hier ist die wöchentliche Belohnung, Schatz der Theater-Truppe. Normalerweise müsste ich die dann gleich bekommen. Aber wie schon gesagt, weil wir hier Early-Access haben, geht das nicht. Jetzt am Ende dann immer muss man sich nochmal verbeugen. Auch wieder Extra-Action-Button einfach drücken. Und dabei gibt's auch nochmal Plus-1-Zustimmung des Publikums. Das ist schön. Einfach so lange spammen, bis das hier wieder vorbei ist. So, man kann auch schon die Quest abgeben. Das ist doch nice. Sehr gut. Und jetzt ist quasi das Event geschafft. Jetzt würde man die Kiste bekommen. Aber man bekommt es, wie gesagt, aktuell nicht. Achtung hier nochmal, es ist kein Bug. Es liegt an dem frühzeitigen Vorabzugang am Early-Access von The War Within, der ja vom 23. bis zum 27. quasi läuft. Ich gehe davon aus, dass es diese wöchentliche Belohnung, diese Kiste von der Theater-Truppe, dann ab dem 28. immer geben wird. Also als wöchentliche Belohnung zumindest. Es kann auch sein, dass irgendwie aufgrund von Fehlern, Bugs oder so zum offiziellen War Within Release, man auch schon die wöchentliche Belohnung bekommt. Aber offiziell heißt es vom Blizzard, dass man am 28. die wöchentlichen Sachen auch machen kann. Die Events und Co. nach dem wöchentlichen Wartungsarbeiten bzw. Reset halt. Und ja, das war im Prinzip das Theater-Truppen-Event. Das habe ich euch jetzt perfekt erklärt. Viel mehr müsst ihr darüber nicht wissen. Das Einzige, was man vielleicht noch wissen kann, ist, dass man dafür Ruhmstufe 3 beim Rat von Dornogal braucht, um überhaupt dieses Theater-Truppen-Event spielen zu können, damit es halt freigeschaltet wird. Und mit der Zeit schaltet man auch noch weitere Sachen bei diesem Event frei. Zum Beispiel hier, die Show muss weitergehen. Da gibt es noch mal ein bisschen mehr Content. Aber ich denke und hoffe, ihr habt das Theater-Truppen-Event jetzt perfekt verstanden auf den Insel von Dornen. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst gerne noch ein Like da, würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Oh.